Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice, 5. Marcus of Lansdowne, KG, GCSI, GCMG, GCIE, PC war Generalgouverneur von Kanada, Vizekönig von Indien und britischer Außenminister, Leben. Petty Fitzmaurice stammte aus einer Familie, die mehrere WHIG-Politiker hervorgebracht hatte, unter anderem den Premierminister William Petty, 2. Earl of Shelburne. Nachdem er das Eton College besucht und dann an der Universität Oxford studiert hatte, erbte er im Alter von 21 Jahren von seinem Vater, dessen Adelstitel einschließlich des damit verbundenen Sitzes im House of Lords. 1868 nahm er erstmals einen Posten als Regierungsmitglied unter der liberalen Regierung unter William E. Ward Gladstone an. Bis 1880 hatte er wechselnde Ämter auf mittlerer Regierungsebene inne. In diesem Jahr trat er aus Protest gegen Gladstones Irland-Politik zurück. Generalgouverneur von Kanada 1883 bis 1888 war er Generalgouverneur von Kanada. Er galt als fähiger Generalgouverneur, der einen Streit mit den Vereinigten Staaten von Amerika über Fischereirechte einer friedlichen Lösung zuführte. Petty Fitzmaurice ereiste mit seiner Frau viel im Land, insbesondere in den noch unberührten Westen. In seiner Amtszeit fielen die Nordwest-Rebellion und der anschließende Protest um deren Anführer Louis Riel, Vizekönig von Indien. Nach Abschluss seiner Amtszeit als Generalgouverneur wurde er ihm von dem britischen Premierminister Robert Gascoyne-Sessel. Dritte Marcus of Salesbury das Amt des Vizekönig von Indien angeboten, das Petty Fitzmaurice inne hatte. Der Posten hatte längst nicht mehr das Prestige, den die Position früher inne hatte. Von Lord Curson abgesehen, machten sich die wenigsten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Vizekönig von Indien ernannt wurden. Illusionen darüber, dass die mit diesem Posten verknüpfte Aufgaben keineswegs darin bestand, aus Elefanten zu reiten und von indischen Prinzen empfangen zu werden, sondern dass er mit viel Arbeit einherging. Petty Fitzmaurice teilte am Abend vor seiner Abreise nach Indien seiner Mutter mit, dass er einen verantwortlichen und ehrenhaften Posten übernommen habe, der ihm die Möglichkeit gebe, einerseits für sein Land sinnvolle Arbeit zu leisten und andererseits die Möglichkeiten und Ausrichten seiner Kinder zu verbessern. Letztlich habe ihn zum Antritt dieser Aufgabe aber auch ein Gehalt bewegt, das es ihm erlaube, genügend zu sparen, um die Hypotheken auf seinen Gütern zurückzuzahlen. Petty Fitzmaurice war sich auch bewusst, dass eine erfolgreiche Arbeit in Indien ihm die Aussichten auf weitere Posten innerhalb der britischen Regierung eröffnen werde. In Indien reformierte Petty Fitzmaurice die Armee, die Polizei, die lokale Verwaltung und die Münzanstalt. Es gab 1890 in Britisch-Indien einen kleinen, regional begrenzt bleibenden Aufstand gegen die britische Kolonialherrschaft, die jedoch schnell niedergeschlagen wurde. Petty Fitzmaurice setzte die Todesstrafe für die Anführer dieser Rebellion durch, obwohl dieses in Großbritannien auf erheblichen Widerstand traf. Sein Versuch dagegen, den Gerichtsprozess zu verkürzen, wurde von der britischen Regierung überstimmt. 1894 kehrte Petty Fitzmaurice nach Großbritannien zurück. Kriegs- und Außenminister Nachdem er nach England zurückgekehrt war, übernahm Petty Fitzmaurice nunmehr als Tory, unter Salesbury das Amt des Kriegsministers. Am 12. November 1900 wechselte er an die Spitze des Außenministeriums. Durch die Verträge mit Japan 1902 und mit Frankreich 1904 beendete er die Isolation Großbritanniens. Petty Fitzmaurice erzählte jedoch auch zu den Personen, die davon überzeugt waren, dass der Kampf zwischen dem zaristischen Russland und Großbritannien um die Vorherrschaft in Zentralasien ungebrochen weiterginge. Tibet galt in diesem sogenannten Great Game eines der problematischsten Nachbarländern Britisch-Indiens. Es war nahezu unzugänglich und wurde von dem Dalai Lama und buddhistischen Mönchen beherrscht, die gegenüber der Regierung in Indien Gleichgültigkeit bewiesen. Aus westlicher Warte war nur wenig über Tibet bekannt und das wenige, was man wusste, stammte von einer Handvoll europäischer Entdeckungsreisender sowie einer Reihe von Pandits wie beispielsweise Nainsink, der für die britisch-indische Vermessungsbehörde Great Trigonometrical Survey 1866 nach Tibet gereist und unter anderem bis nach Elhasa vorgedrungen war. Tibet galt als ein Land, das sich bewusst von der Außenwelt abschottete und dessen religiösen Herrscher viel daran lag, ihre Subjekte in Unkenntnis über die Welt außerhalb zu belassen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich die tibetische Regierung seit mehr als 20 Jahren als unwillig erwiesen. Irgendwelchen Handel mit Indien zu ermöglichen oder auch nur ein Überschreiten der Grenze von Sikkim oder Bhutan aus auf tibetisches Gebiet zugelassen. Von einer Reihe von Briten wurde jedoch unterstellt, dass Tibet gegenüber dem zaristischen Russland offener sei. Im Februar 1903 fasste Petit Fitzmauritze gegenüber dem russischen Botschafter zusammen. In seiner Amtszeit fiel neben dem britischen Tibet-Feldzug weiterhin der Doggerbank-Zwischenfall. Der zu einer schweren Belastungsprobe für die britisch-russischen Beziehungen wurde am 4. Dezember 1905 schied Lansdown aus seinem Amt aus. Sein Nachfolger wurde der liberale Edward Gray, Oppositionspolitiker. Nach dem liberalen Wahlsieg 1906 wurde er konservativer Oppositionsführer im House of Lords. 1915 war er in der Kriegskoalition Minister ohne festen Aufgabenbereich. Nach Auseinandersetzungen mit David Lloyd George legte er dieses Amt im Dezember 1916 nieder. Noch einmal wurde er im November 1917 aktiv, als ein Brief von ihm im Daily Telegraph abgedruckt wurde, in dem er zu einem Verhandlungsfrieden mit Deutschland riet. Dieser Vorschlag traf zwar in der Bevölkerung auf breite Zustimmung, in der Regierung aber auf einhellige Ablehnung. Familie Petty Fitzmauritze heiratete 1869 Lady Maud Evelyn Hamilton, eine Tochter von James Hamilton I, Duke of Abercorn. Das Ehepaar hatte zwei Söhne und zwei Töchter, Lady Evelyn Emily Mary Petty Fitzmauritze, Henry William Edmund Petty Fitzmauritze, Earl of Kerry, Lord Charles George Francis Petty Fitzmauritze, Lady Beatrix Francis Petty Fitzmauritze. Der älteste Sohn folgte ihm im Titel nach Als Petty Fitzmauritze 1927 verstarb. Seine Frau überlebte ihn, sie starb 1932.